Die Erde, blutend, zum Tode verurteilt, zurückgelassen, ausgenutzt und zerstört, ihrem Schicksal überlassen. Zernarbte Landschaften und zerfallene Ruinen sind alles, was hier bleiben. Die großen Kriege der Menschen, sie haben alles verändert. Atomare und chemische Waffen hinterließen nicht heilbare Spuren. In die Enge gedrängt, egoistisch, verließ die Menschheit schließlich die Erde. Doch der Krieg folgte ihr. Drei Fraktionen unterschiedlichster Herkunft und Kultur bildeten sich und formten starke Allianzen. Bündnisse wurden geschlossen und ebenso schnell wieder gebrochen. Die technologische Entwicklung überholte bald das Verständnis ihrer Entwickler und die Waffen wurden stets tödlicher, ebenso wie die Kriege. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!